Gabionen sind vielseitige Alleskühner für den Garten und bieten zahlreiche Vorteile, auch wenn sie im Vergleich zu anderen Lösungen möglicherweise etwas teurer erscheinen. Hier sind fünf überzeugende Gründe, warum sich die Anschaffung von Gabionen lohnt. 1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten Gabionen sind wahre Multitalente. Sie können als Gartenmauern, Zäune, Hochbeete, Säulen oder sogar Möbel eingesetzt werden. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, verschiedene Gartenideen umzusetzen und individuelle Gestaltungslösungen zu finden. Ob als Sichtschutz, Grundstücksbegrenzung oder dekoratives Element, Gabionen passen sich flexibel ihren Bedürfnissen an. 2. Dekorative Flexibilität Die dekorativen Möglichkeiten von Gabionen sind nahezu unbegrenzt. Sie können Ihre Steinkörbe mit Natursteinen wie Nordseekiesel oder Kalkstein befüllen, um einen klassischen Look zu erzielen. Für einen modernen Akzent können Sie auch Glasbrücken, Tonziegel, Holzelemente oder sogar leere Flaschen verwenden. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, Ihre Gabionen einzigartig und ansprechend zu gestalten. 3. Individuelle Gestaltung durch Bepflanzung Für Gartenliebhaber, die es grün mögen, bieten Gabionen die Möglichkeit, bepflanzt oder berangt zu werden. Efeu, Clematis oder Wilderwein sind nur einige der Pflanzen, die Sie nutzen können, um Ihre Gabionen in eine grüne Oase zu verwandeln. Dies verleiht Ihrem Garten nicht nur einen natürlichen Charme, sondern trägt auch zur Schaffung eines harmonischen Umfelds bei. 4. Langlebigkeit und Robustheit Gabionen sind besonders robust und langlebig. Die Drahtgitterkörbe sind widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und bieten eine langfristige Lösung für Gartenstrukturen. Im Vergleich zu Holz- oder Kunststofflösungen zeichnen Sie sich durch Ihre hohe Stabilität und geringer Pflegeaufwand aus. 5. Nachhaltige Gartenlösungen Durch die Verwendung von Natursteinen und resisselbaren Materialien wie Glasbrücken leisten Sie einen Beitrag zu nachhaltigen Gartenlösungen. Gabionen tragen zur Reduzierung von Abfall und fördern den Einsatz umweltfreundlicher Materialien. Fazit Gabionen für Ihren Garten Investieren Sie in Gabionen für Ihren Garten und profitieren Sie von ihrer Vielseitigkeit, dekorativen Flexibilität, Langlebigkeit und nachhaltigen Eigenschaften. Besuchen Sie unseren Online-Shop und entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Gabionen Ihren Garten bereichern können. Machen Sie Ihre Gartenideen Realität und genießen Sie die zahlreichen Vorteile, die Gabionen bieten. buzz vonureau. 베 Fabrik Be Angelen Be Angelen Be' Be 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 Be